Hallo Freunde, auf die Empfehlung von Charlotte Corday habe ich mir endlich 1984 gekauft und gelesen. Ich möchte in diesem Video kurz den Roman zusammenfassen und dann in einem weiteren Video analysieren. Ein weiterer Grund für mich waren, neben der besagten Empfehlung, auch die zahlreichen Vergleiche zwischen der Welt, die George Orwell in seinem Buch beschreibt, und der Politik in den letzten zwei bis drei Jahren. Leider habe ich die Fähigkeit, so lange für ein Buch zu brauchen, dass ich, wenn ich am Ende angelangt bin, bereits vergessen habe, wie es angefangen hat. Witzigerweise kam das bisher bei zwei Büchern nicht vor, und diese waren, zufälligerweise, vom gleichen Autor. Also irgendwie scheinen wir auf einer Wellenlänge zu sein. Dabei handelt es sich um die Bücher Kill Your Friends und Koma von John Nyven. Die Aussprache seines Nachnamens ist wie immer ohne Gewehr. Falls da Interesse bestehen sollte, kann ich dazu gerne mal ein Video machen. Seine Bücher leben von Zynismus, vulgärer Sprache und der Gabe, die beschriebenen Situationen humorvoll, aber dennoch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und dem nötigen Realismus darzustellen. Aber gut, ich habe auch einen beschissenen Humor. Also, hier soll es um 1984 gehen, und deshalb starten wir mit einer kurzen Zusammenfassung. Die Geschichte, die dieser Film erzählt, ist ein Zukunftsbild. Aber keine technische Fabel mit Mondraketen und kreisenden Erdsatelliten, sondern das Abbild einer Zukunft, die morgen schon zur Wirklichkeit werden kann. Darum geht dieser Film jeden an. Und nichts wäre verhängnisvoller, als die Augen vor der uns drohenden Gefahr zu verschließen. Stellen wir uns einmal vor, dass wir in einer Welt leben, in der wir beobachtet und abgehört werden, von einem System, was als Überwachungsstaat agiert. Sobald wir jedoch mit Systemkritik auf die Überwachung reagieren, werden wir verhaftet. Ein Glück, dass es hier nicht der Fall ist, zumindest nicht in diesem Extrem. Sonst wäre ich im Knast und jeder, der meine Videos schaut, ebenfalls. Jedoch sollte eine kritische Haltung gegenüber dem System, dem großen Bruder, wie es in 1984 heißt, nicht nur dafür sorgen, dass ihr in den Knast kommt. Systemkritische Handlungen werden mit Folter bis hin zur Vaporisierung, also der Todesstrafe mit zusätzlicher Auslöschung deiner Hinterlassenschaften bestraft. Im Endeffekt habt ihr für die Bevölkerung und euer direktes Umfeld nie existiert. Big Brother is watching you, also der große Bruder überwacht dich. Dieses Konzept ist mittlerweile Kult geworden in unserem medialen Mainstream. TV-Sendungen, wie eben Big Brother, mit der ununterbrochenen Beobachtung der Teilnehmer in der Fernsehschau ist ganz normal in unserem Mittwochabendprogramm. Wir dürfen den 39-jährigen Protagonisten Winston Smith begleiten, der in London lebt. Die Welt, so wie sie im Roman erklärt ist im Jahr 1984, ist in drei Großmächte aufgeteilt. Ozeanien, zu dem Reich auch London gehört, Eurasien und Ostasien. Diese Mächte stehen im Konflikt zueinander und je nach Situation und Kontext führt Ozeanien einen Krieg gegen eine der beiden Großmächte. Dazu aber später mehr. Der Kapitalismus wurde abgeschafft und in Ozeanien, bzw. hier konkret in London, herrscht der Sozialismus. Eine Form von Gleichgültigkeit, die dafür sorgt, dass Winston in seinem bescheidenen und überwachten Leben dahin vegetiert. So kann es passieren, dass er nicht mal mehr weiß, welcher Tag heute eigentlich ist. Er lebt in einem London der ständigen Überwachung und der berechtigten Angst, dass der Partei keine kritischen Gedanken, mögen sie noch so klein und unbedeutend sein, entgehen. Zudem befindet sich in jeder Wohnung ein Teleschirm, der zu einem als Überwachung dient und zum anderen wird die Bevölkerung pausenlos über diesen mit Propaganda beschallt. Hierbei handelt es sich bei dem Teleschirm um eine Art Fernseher, der von der Regierung kontrolliert wird. Somit können jederzeit Propaganda-Botschaften sowie individuelle Nachrichten an die jeweilige Person transportiert werden, ohne eine Möglichkeit, den Teleschirm manuell auszuschalten. Die dort laufende Propaganda äußert sich unter anderem in den Parteiparolen des Ministeriums für Wahrheit. Den Krieg nannten sie jetzt Frieden, Liebe nannten sie Hass, Freiheit, Sklaverei. Winston selbst arbeitet eben für dieses Ministerium. Hierbei besteht sein Aufgabenbereich daraus, die Geschichte von Personen, welche zum Beispiel vaporisiert wurden, umzuschreiben oder gar zu vernichten. Das bedeutet, dass sämtliche Berichte über die vaporisierten Personen verändert werden müssen oder weitere Voraussagen, wie es im Buch heißt, auf die neue Geschichte angepasst werden müssen. Wir merken, dass die Geschichte vom Ministerium für Wahrheit jederzeit neu erfunden werden kann und wird. Beweise für die Existenz einer vaporisierten Person werden den Gegebenheiten angepasst. Eben bei dieser Arbeit findet Winston ein Foto von drei Anführern einer versuchten Revolution, die bei einer sogenannten Säuberungsaktion von der Partei ausfindig gemacht und vaporisiert wurden. Nun ist es Winstons Job, dieses Foto zu vernichten und sämtliche Geschichten umzudrehen, sodass nichts auf die Existenz dieser Revolutionseinführer hinweisen könnte. Jedoch beweist dieses Foto die Unschuld der besagten Anführer der gescheiterten Revolution. Bei Winston, der wie der Leser zu Beginn erfährt, kritisch gegenüber der Regierung eingestellt ist und diese Haltung versucht zu verstecken, sorgt diese Erkenntnis für eine Bestätigung in seiner Einstellung. Diese Erkenntnis zeigte Winston, dass deren Geständnisse nicht der Wahrheit entsprachen und die Regierung, die ihr kritisch gegenüber eingestellten Personen foltern würde, bis diese das gestehen, was sie gar nicht getan haben. Diese Aufnahmen sind es dann, welche gegen die Kritiker genutzt werden. Winston zerstört das Foto und damit den letzten Beweis für die Unschuld der Anführer der versuchten Revolution. Jedoch ist Winston nun das Problem aus Sicht des Ministeriums, da dieser sich als einzige Person daran erinnern kann, dass es dieses Foto jemals gegeben hat. An Winstons Arbeitsplatz lennen wir zudem eine neue Art von Sprache kennen. Neusprech, so wird diese beschrieben. Es geht darum, bestimmte Wörter auszulöschen bzw. diese zu ersetzen, damit bestimmte Gedanken nicht mehr existieren. Um zwei Beispiele zu nennen, das Wort Freiheit wird komplett gestrichen. Wieso sollte auch ein Wort, was mit Sklaverei gleichgesetzt wird, benutzt werden? Wir erinnern uns an das Credo des Ministeriums. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Zudem werden Wörter wie schlecht durch Ungut ersetzt. Eine Manipulation der Bevölkerung durch Sprache. Wie soll man sagen, dass es einem schlecht geht wegen dem Mangel an Freiheit? Mir geht es ungut wegen dem Mangel an Sklaverei. So beginnt der Tag mit einer Runde koordinierten Frühsport und die Ankündigung, dass er die Wohnung verlässt, um zur Arbeit zu gehen bzw. wenn er sie wieder betritt, wird von der Partei vorausgesetzt, sonst drohen Konsequenzen. Dafür gibt es eine Art Verwarnsystem. Und damit kommen wir zu meiner Lieblingsstelle im Buch, der koordinierte Zwei-Minuten-Hass. Dabei wird der Hass gegen politische Gegner gerichtet. Konkret sind dies Feinde der Regierung aus der Vergangenheit, so wie die Großmächte Eurasien und Ostasien, mit denen man sich, je nach Situation, im Krieg befindet. Als Staatfeind Nummer 1 lernen wir Emanuel Goldstein kennen. Dieser habe in der Vergangenheit eine Untergrundbewegung, die sogenannte Bruderschaft, gegen die Regierung angeführt. Innerhalb der Zwei-Minuten-Hass berichtet das Propaganda-Fernsehen, wie schlimm Emanuel Goldstein für alle war, so dass bei der indoktrinierten Bevölkerung abgrundtiefer Hass eben gegen jenen geweckt wird. Hass gegenüber einem gemeinsamen Feindbild soll die Bevölkerung zumindest in diesem Punkt eignen. Dabei werden die Zwei-Minuten-Hass wie folgt beschrieben. Alle Arbeiter des Ministeriums, in dem auch Winston arbeitet, versammeln sich in einem großen Saal mit einer Leinwand. Auf dieser läuft ein Film über den versuchten Sturz des großen Bruders von Emanuel Goldstein und seiner Bewegung. Das Publikum wird hierbei euphorisch und pusht sich gegenseitig in Ekstase. Der Leser erlebt eine Radikalisierung im Schnelldurchlauf. Wüste Beleidigungen gegenüber Goldstein werden gegen die Leinwand geschrien. Zum Ende der Zwei-Minuten-Hass fliegen sogar Gegenstände in Richtung Leinwand. Doch am Ende ist der große Bruder zu sehen und beschwichtigt die Situation. Im Saal kehrt Gelassenheit und Ruhe ein. Es wird von einem besagten Buch Goldsteins gesprochen, in dem all seine Theorien niedergeschrieben sind. Man könnte sagen, dass dies das verbotene Buch ist. Jedoch bleibt unklar, ob es Emanuel Goldstein jemals gegeben hat oder ob dieser nur Mittel zum Zweck ist, die indoktrinierten Bürger mit Hass gegenüber der seitens der Regierung als Hass geframten Kritik zu einen. Die Schaffung eines gemeinsamen Feindbildes. Während dieser Zwei-Minuten-Hass fällt es Winston schwer, die gleiche Euphorie für den Hass gegenüber Goldstein aufzubringen, wie es die anderen Mitarbeiter des Ministeriums tun. Winston wirft deshalb immer mal wieder einen Blick nach links und rechts rüber, um zu sehen, ob andere Personen seine gespielte Authentizität erkennen würden. Dabei beobachtet er eine junge Frau und ist erschrocken, dass diese so aufging beim Ausleben des Hasses gegenüber Goldstein und der Feindseligkeit gegenüber dem großen Bruder. Seine Blicke wanderten weiter und er blickte in die Augen eines übergeordneten Parteimitgliedes. O'Brien starrte Winston an und Winston ihn. Ihre Blicke kreuzten sich nur wenige Momente und danach wandten sich O'Brien und Winston weiter dem Hass gegenüber Goldstein zu. Winston glaubte, mit O'Brien einen Verbündeten in der Dystopie der Überwachungskultur gefunden zu haben. In der jungen Frau jedoch sah er eine verlorene Person, untergegangen im Sumpf des großen Bruders. Der 1984 beschriebene Hass ist beliebig austauschbar. Dieses Phänomen erleben wir in der Hasswoche. Hierbei wird ein neues Feindbild kreiert. Ozeanien befand sich zu Beginn im Krieg mit Eurasien. Doch ab jetzt ändert sich der Feind und es werden neue Plakate aufgehangen, dass Ozeanien im Krieg mit Ostasien sei und Eurasien nun der Verbündete sei. Londons Bevölkerung stört sich an der plötzlichen Tatsache nicht weiter. Im Ministerium für Wahrheit werden kurzerhand alle Artikel und Berichte, die einen vorherigen Stand beschrieben, ersetzt oder vernichtet. Für das beschriebene London ändert sich makroskopisch betrachtet nicht viel. Ob nun Eurasien oder Ostasien der Feind ist, ist obsolet. London wird ohnehin weiter von Bomben getroffen. Ob diese Kriege mit Eurasien, respektiv mit Ostasien wirklich existieren oder nur Mittel zum Zweck sein könnten, um die Bevölkerung zu verängstigen, spielt keine Rolle. Denn mit Angst kann eine Bevölkerung sehr gut kontrolliert werden, wie wir 2020 gesehen haben. Dieses Vorgehen seitens der Regierung zeigt sich auch in Sparmaßnahmen. So wird unter anderem ab einer bestimmten Uhrzeit der Strom abgeschaltet. Jedoch bleibt die Überwachung am Teleschirm weiter angeschaltet. Um Winston herum verschwinden immer mal wieder Personen. Diese werden von der Gedankenpolizei mitgenommen und nie wieder gesehen. Wie bereits angesprochen, ist es verboten, kritische Gedanken gegenüber dem großen Bruder zu haben. Jedoch hat Winston ähnliche Gedanken und verfasst deshalb innerhalb einer vom Teleschirm nicht überwachten Ecke ein Tagebuch, in dem er seinen Gedanken freien Lauf lässt. Nieder mit dem großen Bruder. In den darauffolgenden Tagen begegnete er der jungen Frau aus dem Saal der zwei Minuten Hass mehrere Male. Ob sie wohl etwas von seiner kritischen Haltung gegenüber dem großen Bruder gemerkt hatte, war er nicht authentisch genug gewesen. Als sie stolperte und hinfiel, half Winston ihr aus Höflichkeit wieder auf und sie drückte ihm einen Zettel in die Hand. Mit einer klaren, regierungskritischen Botschaft. Winston war nicht mehr allein. Julia, so der Name der jungen Frau, und Winston verabredeten und trafen sich heimlich in einem Hinterzimmer eines Antiquitätenladens in einem Gebäude im Arbeiterviertel. Dort glaubten sie sicher, vor der Gedankenpolizei zu sein. Mit Winston zu schlafen, sieht Julia als politischen Widerstand. Das Sex in der Gesellschaft nur als reines Mittel zur Fortpflanzung genutzt werden sollte. Die anfängliche Bekanntschaft von Winston und O'Brien im Saal der zwei Minuten Hass entwickelte sich zu einer Untergrundbewegung gegen die Regierung. O'Brien lädt Winston zu sich ein und schaltet den Teleschirm aus. Als hohes Parteimitglied habe man gewisse Vorteile. O'Brien lässt Winston ein Buch zukommen, was von Emanuel Goldstein geschrieben sein soll. Das besagte Buch, das wegen der Theorien gegen den großen Bruder als verboten gilt. Als Winston und Julia dieses Buch lesen und die darin enthaltenen Theorien über den Aufbau der Gesellschaft, werden Julia und Winston verhaftet. Diese Theorien besagen, dass jede Gesellschaft aus unterschiedlichen Klassen besteht. Die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht. Um die Regierung zu stürzen, müsse man die Unterschicht auf seine Seite bekommen. Ihr seid des Todes. Der Spiegel. Dahinter muss ein Tälerauge sein. Das ist unmöglich. Das Haus ist doofstellt. Keinen Widerstand leisten. Ein klares Verbrechen, weshalb die Gedankenpolizei, gerufen von dem Besitzer des Antiquitätenladens, Winston und Julia mitgenommen hat. Ich habe Sie gewarnt, es würde hier nicht so friedlich sein, wie Sie sich's wünschten. Vor der Gedankenpolizei bleibt nie etwas verborgen. Winston kommt ins Gefängnis und wird dort gefoltert. Seine verbotenen Gedanken gegenüber der Regierung sollen vernichtet werden und man will ihm genau das gleiche Hirngespenst in den Kopf pflanzen wie dem Rest der Bevölkerung. O'Brien persönlich führt die Folter an Winston durch und schafft es, Winston vom Doppelding zu überzeugen. Darunter wird das Akzeptieren von zwei Wahrheiten verstanden. Zum Beispiel der besagte Krieg mit Eurasien, welcher plötzlich in einen Krieg mit Ostasien gewandelt wurde. Ein guter Bürger nimmt dies einfach an und es war nie anders. Die Partei bestimmt also die Wahrheit. Winston wird zudem noch seiner größten Angst ausgesetzt. Ratten. Der gebrochene Winston bricht sein Schweigen und verrät Julia. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Hättest du auf Julia? Mir ist es gleich, was ihr mit ihr macht. Hättest du auf Julia? Nicht auf mich. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Am Ende wurde also die Liebe zu Julia durch die Liebe zum großen Bruder ersetzt und Winston durch Folter indoktriniert. Und wir sind durch. Ich hoffe, euch hat diese grobe Zusammenfassung gefallen. Im zweiten Teil zu 1984 wird es dann eine Analyse geben mit Bezügen zu unserer heutigen Realität. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Untertitelung. BR 2018